Es liegt etwas in der Luft, meine Damen und Herren. Es riecht nach einer außerplanmäßigen Zinsanhebung durch die US-Notenbank FED. Dafür gibt es sehr klare Hinweise, die ich gleich versuche Ihnen nahezubringen. Sie erinnern sich vielleicht gestern James Bullard, Chef der St. Louis FED, der gesagt hat, wir sollten einen großen Zinsschritt machen und wir sollten mal überlegen, dass wir auch zwischen den Sitzungen die Zinsen anheben können. Die Märkte daraufhin, not very amused, es gab einen ziemlich herben Abverkauf, nachdem vorher eigentlich die Stimmung doch ganz gut war. Trotz der himmelhohen Inflationsdaten von 7,5% hatten sich die Märkte gut erholt, aber dann die Aussagen von James Bullard und booms, die Aktienmärkte kamen runter. Heute sehen wir Beruhigung bei den Aktienmärkten, weil offiziell und inoffiziell durch FED-Mitglieder mitgeteilt wird, wie Steve Liesman von CNBC hier sagt, dass man da nicht sehr glücklich ist über diese Äußerungen von James Bullard. Die seien teilweise unprofessionell, immature, unreif, unprofessionell. Das würde doch gar nicht gehen, da sei er ein bisschen zu weit gegangen. Also war das alles Unsinn, was uns James Bullard da erzählt hat? Wahrscheinlich nicht, aber schauen wir zunächst mal die Auswirkungen an, die die Kombination zwischen dieser himmelhohen Inflation, 7,5% auf der einen Seite, und den Kommentaren von James Bullard hatten, nämlich einen Rate-Schock. Wir hatten einen massiven Anstieg der Renditen auf breitester Front bei den verschiedenen Laufzeiten. Wir sehen, dass das der größte Rates-Schock war, der größte Zinsschock war seit dem Oktober 1979. Damals Paul Volker als neuer Notenbankchef reagierend auf die Revolution im Iran, dadurch der Iran kein Öl mehr liefernd an den Westen. Daraufhin Ölpreise, Benzinpreise im Westen massiv nach oben gestiegen. Inflation ohnehin schon sehr, sehr hoch. Dann noch weiter gestiegen. Darauf hat Paul Volker reagiert, anders als sein Vorgänger Arthur Burns, und hat gesagt, Jungs, jetzt ist die Party vorbei. Damals stiegen natürlich die Renditen dann an, aber nicht so stark wie gestern die Renditen angestiegen waren. Also man sieht, das war durchaus historisch, was wir da gesehen haben. Und ja, es gibt Hinweise, meine Damen und Herren, dass da etwas in der Luft liegt. Heute Nacht hat die FED, deutscher Zeit, heute Nacht, hat die FED, die US-Notenbank, mitgeteilt. Es gibt am Montag ein Board-Meeting. Dann gab es seitens der FED von Futures, die also Zinsentwicklungen einpreisen, schon die ersten Spekulationen, da könnte was in der Luft liegen. Wir sehen, bumms, ging es nach oben. Aber es wurde nicht spezifiziert. Ja, worum geht es denn eigentlich bei diesem Treffen? Was ist der Sinn dieses Treffen, der Anlass dieses Treffen? Das wurde dann heute im Tagesverlauf klarifiziert. Und die FED hat gesagt, dass wir uns 11.30 Uhr Ortszeit da treffen. Und matters to be considered, also worum geht es? Was ist der Zweck? Könnte man auf Neudeutsch sagen, warum das Ganze? Und da steht dann wörtlich Review and Determination by the Board of Governors of the Advance and Discount Rates to be charged by the Federal Reserve Banks. Also das, was die einzelnen Federal Reserve Niederlassungen an Rates sozusagen vereinnahmen, an Zinsenvereinnahmen. Okay, da kann man erstmal nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Aber jetzt achten Sie mal auf Folgendes. Es gab zuletzt eine solche Ankündigung der FED, wir machen eine Sondersitzung, im November 2015. Damals, Titel, warum machen wir das? Review and Determination by the Board of Governors of the Advance and Discount Rates to be charged by the Federal Reserve Banks. Wortgleich, 100% wortgleich derselbe Text. Und was ist damals kurz nach diesem Meeting passiert? Die FED hat außerplanmäßig die Zinsen angehoben und hat das dann in mehreren Schritten gemacht, wie Sie hier unten im Chart sehen. Also da deutet schon manches darauf hin, dass da James Ballard kein Unsinn erzählt hat, sondern dass da etwas kommt, dass da schon lange vor dem März eine Zinsanhebung kommt. Der Druck ist schlichtweg so groß seitens der Politik, seitens der Menschen, dass da etwas passiert, dass der Wille gezeigt wird durch die US-Notenbank, da etwas zu tun, sich dagegen zu stemmen. Eine sehr gern genommene Zeit der FED für eine solche überraschene Zinsanhebung ist übrigens 14.30 Uhr deutscher Zeit, also eine Stunde bevor die US-Märkte eröffnen. Gian Bianco weist darauf hin, naja, man könnte ja vielleicht auch mal erst das QI einstellen, also diese Anleihekäufe einstellen. Es ist ein bisschen komisch, die Zinsen anzuheben, während man gleichzeitig noch mit Anleihekäufen Liquidität praktisch in die Märkte pumpt. Also Benzin ins ohnehin schon lodernde Feuer gießt, das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Und die Kritik an der FED, die wird nicht gerade klein, als wenn Henrik sagt etwa, na, erst blasen sie eine historische Asset-Bubble auf, die Ungleichheit hervorruft, weil diejenigen, die besitzend sind, die Vermögensgegenstände haben, wie Immobilien und Aktien, die wurden immer reicher. Die anderen haben in die Röhre geschaut, dann schafft man inflationären Druck damit und jetzt muss man überall die Zinsen anheben und wird dann wahrscheinlich die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession führen. Da ist was dran und wir sehen unten, dass die Märkte davon ausgehen, dass wir schon in wenigen Monaten eine Invertierung der Zinskurve sehen werden. Und das ist das sicherste Indiz dafür, dass eine Rezession kommen wird. Gut, dass diese Herrschaften bei der FED nicht gewählt und nicht verantwortbar sind, verantwortlich gemacht werden können, die genießen nämlich eine Immunität für ihre Aktionen. Wie sind die letzten Anhebungszyklen der FED geendet? Böse und zwar allesamt. Es gab keinen einzigen, der irgendwie nicht irgendwie einen Kollateralschaden nach sich zog. Entweder eine Rezession oder ein Aktiencrash oder andere Entwicklungen, die jetzt nicht gerade so hübsch sind, die sind hier alle aufgezählt. Es geht schlichtweg nicht. Irgendwann kippt dann diese ganze Geschichte und derzeit ist das Kippen umso wahrscheinlicher, als die Bewertungen himmelhoch sind, als die Preise himmelhoch sind etwa für Immobilien, als letztendlich diese Märkte so von Liquidität abhängig sind wie ein Junkie auf Volldroge, der also schon, wenn er keine zwei Stunden später den nächsten Schuss kriegt, dann extrem im Kreis springt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, ist eher gering. Aber was soll man tun? Man sitzt auf Deutsch gesagt in der Schüte, denn wenn du nichts gegen die Inflation tust, geht auch irgendwie nicht. Wenn du was gegen die Inflation tust, dann hast du den Kollateralschaden. Wie war das eigentlich für Aktien, als letztes Mal die FED überraschend die Zinsen angehoben haben? Das war 1997. Und sehen wir da, Nasdaq und S&P, die sind eigentlich da ziemlich robust aus dieser ganzen Geschichte gegangen. Heißt also nicht, dass die Aktienmärkte fallen. Und insgesamt sind jetzt fast sieben Zinseinhebungen im Jahr 2022 eingepreist. Die FED-Fund-Futures preisen eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit eines 50-Basis-Punkte-Schrittes im März ein. Die Wahrscheinlichkeit würde ich geringer schätzen, aber sei es drum. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie wird denn die Inflation in den nächsten Monaten ausfallen, zumindest die Inflation zum Vorjahresmonatsvergleich, dann ist es so, dass wir eigentlich spätestens ab April sehr wahrscheinlich ein Abnehmen dieser Inflation sehen werden. Warum? Der Basiseffekt im Frühjahr letzten Jahres begann dann die Teuerung doch deutlich zu steigen. Das heißt, der Vergleichswert, die Höhe der Inflation dann bereits im Vorjahresmonat ist schlichtweg gestiegen. Und hier sagt der Lanzrober zum Beispiel, also lass uns mal ein bisschen Mathematik betreiben. Also wenn jeden Monat jetzt die Inflation pro Monat ansteigen würde um 0,5 Prozent, dann würde dennoch die Inflation von jetzt 7,5 Prozent auf im Sommer 6,3 Prozent fallen. Denn da ist was dran, aber es hilft den Leuten ja nichts, weil die Preise sind massiv gestiegen und die werden dann ja auch nicht gerade fallen. Das heißt, zwar wird sich die Rate abschwächen, aber die Preise sind ja dann nicht billiger geworden, um dies einmal klar zu formulieren. Heute gab es das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Tiefster Wert seit dem Jahr 2011. Und interessant ist das, was die Uni Michigan zu diesem Wert sagt. Das ist also nicht nur der schlechteste Wert, sondern das ist massiv abgeschmiert. 19,7 Prozent etwa vom Februar vor einem Jahr. Und die Leute sagen, weakening personal financial prospects, also schlechtere Aussichten für ihre finanzielle Lage. Largely due to rising inflation, vor allem wegen der steigenden Inflation. Weniger Vertrauen in governments economic policies, also praktisch weniger Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der Regierung. Und interessant ist auch, dass bei denjenigen, die über 100.000 Dollar im Jahr verdienen, die Stimmung am meisten abgestürzt ist. Erstaunlich eigentlich. Man würde ja denken, dass diejenigen, die ohnehin schon knapp auf Kante genäht sind, von der Hand in den Mund leben, was ja fast die Hälfte der Amerikaner ist, die null Sparvolumen haben, dass die da irgendwie schlechte Laune haben. Aber es sind offenkundig die Wohlhabenderen, die schlechte Laune bekommen. Hier unten sehen wir übrigens mal einen Chart, wie der S&P 500, also der amerikanische Leitindex, sich durchschnittlich entwickelt hat, wenn die Fed mit einem Zinseinhebungszyklus beginnt und den ersten Zinsschritt macht. Und die Erfahrung zeigt, die historische Erfahrung zeigt, durchweg positiv die Performance. Und die Erklärung ist relativ einfach. Wenn die Fed die Zinsen anhebt, dann ist es normalerweise deshalb, weil die Wirtschaft gut läuft. Also beginnt die US-Notenbank dann die Zinsen anzuheben. Jetzt aber haben wir ein anderes Thema. Der Satz, diesmal ist alles anders, ist sehr gefährlich, das weiß ich. Aber jetzt haben wir ja nicht unbedingt die Zinsanhebung, weil die Wirtschaft irgendwie massiv boomen würde, sondern weil eben die Inflation so hoch ist, vielleicht ein anderes Thema. Aber dennoch, die Investoren sind extrem optimistisch. Bank of America sagt, wir haben jetzt 46,6 Milliarden Dollar into Equity Flows gesehen. Also man hat hier massiv in Aktien investiert seitens institutioneller Investoren. Das ist der größte Inflow ever, der passiert ist, gerade in US-Large-Cap-Equity-Funds mit 34,1 Milliarden. Also schon wieder historisches. Und wir sehen, dass jetzt seit Jahresbeginn die Zuflüsse in die Aktienmärkte sogar größer sind als im Jahr 2021. Und wenn wir uns das gesamte Jahr 2021 mal anschauen, dann war es ja so, dass so viel Geld in Aktien geflossen ist im Jahr 2021 wie in den gesammelten 20 Jahren zuvor, nicht insgesamt. Das heißt, in einem Jahr wurde mehr Geld in die Aktienmärkte gesteckt als in 20 Jahren insgesamt zuvor. Und jetzt sind wir dabei, das fast zu überholen. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass die Leute aus Aktien flüchten und hier in Panik davonlaufen. JP Morgan mit der Aussage gestern, als es an den Märkten ja sehr turbulent zuging, haben Retail-Investoren 1,7 Milliarden Dollar in Aktien investiert. Zweithöchster Wert ever, der jemals verzeichnet wurde. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie eine Panik am Markt wäre und alle verkaufen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Hier sehen wir mal Zinsanhebungszyklen der Vergangenheit aus den 2015, 2004 und so weiter und so fort. Das geht eine Zeit lang gut, bis es nicht mehr gut geht. Manchmal geht es länger gut. Am längsten 2004, da sind die Zinsen sogar über 4% gestiegen. Das ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich. Gegen Zinsanhebungen hat auch eine Dame aus Frankreich etwas, Christine Lagarde, die heute ein Interview gegeben hat in deutschen Medien, wo sie erklärt hat, warum also die EZB an der Inflation sowieso keine Schuld hat und auch gegen sie nichts machen kann. Weswegen sie ja schon dreimal unschuldig ist. Nein, das muss man ja auch mal klarstellen, Frau Lagarde. Was kann die EZB dagegen tun? Zitat, können wir Versorgungsengpässe beheben? Können wir Container transportieren? Vielleicht. Können wir den Ölpreis senken oder geostrategische Konflikte befrieden? Nein, das können wir alles nicht. Deswegen sagen wir unschuldig, Königsmacher. Also legt zurück wieder hin, liebe Leute. Naja, mit dem Ölpreis, da könnt ihr mal drüber nachdenken. Die EZB macht ja einen sogenannten Klimastresstest. Das bedeutet, sie analysiert Banken, wie viele Kredite vergeben, die zum Beispiel an Firmen, die CO2 emittieren oder die mit CO2 relativ viel zu tun haben, wie zum Beispiel Ölfirmen. Wenn diese Firmen oder diese Banken die Kredite an solche Ölfirmen vergeben, die werden abgestraft. Die müssen sich dann teurer am Markt refinanzieren, weil da kommt praktisch so eine gelbe Karte durch die EZB. Also so ganz unschuldig ist die EZB nicht, weil man will ja klimaneutral werden. Und das sehen wir dann leider bei uns im Portemonnaie, die Auswirkungen. Also klar, für Versorgungsengpässe kann die FED nichts, die EZB für Corona natürlich auch nicht. Aber mit ihrem Anspruch, mandatswidrigen Anspruch, jetzt auch Klimapolitik zu betreiben und das monetär umzusetzen, indem man Banken abstraft, die eben sich nicht so verhalten, wie die EZB das aus Klimaneutralitätsgründen gerne hätte. Das ist dann schon ein starkes Stück. Übrigens heute die Risikoprämien zwischen deutschen und italienischen Anleihen jetzt so hoch wie seit Juli 2020 nicht mehr. Und auch wir haben hier ein bisschen Druck in Sachen Inflation. Hier die Großhandelspreise um 16,2% gestiegen. Also dafür kann die Christine Lagarde natürlich auch nichts. Und dagegen tun kann man dann schon dreimal nichts. Das ist ja auch klar. Und auch gegen die Benzinpreise geht CO2-Abgabe. Ein Klimastresstest durch die EZB. Wer ist schuld? Niemand ist schuld. Die bösen Anbieter, die sind schuld. Nicht wir als Politik oder als EZB. E10 bei 1,725, Diesel bei 1,65, Neuallzeithochse bei den Spritpreisen. Nein, Inflation is transitory. Frau Lagarde, das haben wir ja immer gesagt. Davon sind wir nach wie vor überzeugt. Jörg Krämer, der Ketzer, der zeigt allerdings, dass da möglicherweise eben nicht nur Energie und Corona-Güter hier knapp sind, sondern dass eben die Inflation, die Treuungsrate so breit gefächert in Deutschland steigt, dass die Aussage von Lagarde, ja, es ist doch fast alles Energie, eben leider nicht so ganz korrekt ist. Jetzt möchte ich Sie auf einen Artikel verweisen. EZB, Glaubwürdigkeit. Experten können irren, aber sollten nicht schlafen. Was haben die katholische Kirche und die EZB gemeinsam? Beide bewegen sich an einem System des Kredits an Glaubwürdigkeit. Dieser Artikel stammt von Georg Habenicht. Georg Habenicht ist der Autor eines bemerkenswerten Buches, wie ich ihn hier zeigen werde. Das heißt, Wertpapier der Gnade. Die Lehren aus dem Ablasshandel für unsere Geldpolitik. Hier sehen wir eine Rezession von Thomas Mayer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Warum? Weil hier Georg Habenicht eben zeigte, in seinem Buch 1521, Europas erster Wertpapierkollaps, dass wir in dem 16. Jahrhundert als Luther auftrat, ein ähnliches Phänomen wie heute haben, nämlich hat damals die katholische Kirche aus dem Nichts etwas geschaffen, nämlich Gnade, und hat darauf einen Wertpapierhandel aufgebaut. Man konnte mit Ablassbriefen gewissermaßen sich das Seelenheil erkaufen. Man konnte sich den Zutritt ins Himmelreich erkaufen. Und das war damals für die Leute ein absoluter Wert, für den sie sehr viel Geld investiert haben. Denn also hat die katholische Kirche gewissermaßen aus dem Nichts, wie unser Fiat-Geld, das ja auch aus dem Nichts entstanden ist, allerdings gedeckt ist durch die Wirtschaftsleistung seiner Bürger, durch die Arbeit seiner Bürger. Die katholische Kirche konnte damals Gnade, also den Eintritt ins Himmelreich anbieten. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Leute haben das gekauft ohne Ende. Dann kam der Buchdruck. Das Ganze hat sich massiv verbreitet. Und ist dann plötzlich kollabiert, als ein Mann lahmens Luther auftrat, der gesagt hat, Nee, die katholische Kirche kann gar keine Gnade gewähren. Das ist gar nicht in ihrer Macht. Und bumm, es gab es den ersten Crash an Wertpapieren. Ein hochinteressantes Buch, meine Damen und Herren. Sie müssen in Ihrem Leben nicht viele Bücher lesen, aber dieses möchte ich Ihnen absolut ans Herz legen. Und ich werde unter dem Video nicht nur den Artikel von Georg Kabe nicht über die EZB verlinken, sondern eben einen Link auch machen, wo Sie dieses Buch bestellen können. Davon habe ich persönlich nichts, um das gleich klar zu machen. Aber es ist eines der Bücher, das absolut Erkenntnisgewinn bringt. Das ist etwas, was Sie in eine andere Dimension schießt, was Ihnen etwas bringt, was Sie eigentlich sonst nicht erlangen können. Das werde ich unter dem Video verlinken. Ich kann es nur allerwärmstens empfehlen. Ebenso den Artikel und wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Ich bin gespannt auf, wenn nächste Woche bereits eine Zinsanhebung durch die Fett sind. Servus und ciao.